Synthastisch ist alle alle Freunde und willkommen zu einem weiteren Video und heute craften wir uns mal einen richtig heftigen weißen High in Minecraft Und wenn es dir gefällt, lass unbedingt jetzt mal wieder ein Like da, würde mich mega freuen, wenn die Synth-Army mir heute mal wieder beweist, wie aktiv sie sein können Also alle jetzt mal ein Like da, würde mich mega freuen und ein kostenloses Abo und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Video Oh, endlich wieder Freiheit, Freunde, oh Gott, ich bin hier als Noob reingegangen, ich bin auch ganz krank geworden Das hört ja in meiner Stimme, als ich hier unten in diesem kalten Loch war, ganz allein und jetzt bin ich endlich wieder draußen Und, oh, was, was haben wir denn da? Einen kleinen See, oh Gott, da gehe ich erstmal baden, Freunde, so 3, 2, 1 Baden, oh, Freunde, guckt es euch an, wir sind hier unter Wasser, richtig cool, so Oh, mein Gott, wir sind ja richtig, oh, guck mal, wie cool es ist La, 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 wir sitzen unter Wasser und gehen da währenddessen Na ja, mal kurz Luft holen, so, oh Gott, Freunde, ich finde es richtig cool Mögt ihr es gerne, schwimmen zu gehen, bei so einem warmen Wetter, so ins Freibad zu gehen, oder ins Schwimmbad Und schreibt da mal ein Hashtag Ja in die Kommentare, wenn ihr gerne schwimmen geht Oder, wie sagt man, euren Freund mal ins Freibad, ein bisschen vom Turm springen oder ein paar rutschen Oh, das liebe ich ja, Freunde, so Aber das war es auch so ein bisschen mit dem hier, komm, noch eine Runde schwimmen wir hier, so, la, 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 la Aber es sieht echt ganz cool aus, unser Kopf guckt gerade so noch raus Und, ja, das war es jetzt, ich bin ja auch noch ein bisschen krank Wer wollte da nicht draus strapazieren, das hört ihr ja mal, dass ich krank bin Hä, was ist denn das da hinten? Wartet mal, Freunde, da ist irgendwas aufgebaut, irgendeine Wand oder sowas Wartet mal, hier sind Wassereimer, irgendein Hai und eine Haiflosse Was soll das uns Hai sagen, dass wir irgendwie Hai craften können, aber Okay, ja, dann, wir sagen, gehen wir mal auf die Suche Das heißt, wir brauchen erstmal eine Spitzhacke, dass wir uns Stein abbauen können Und dann müssen wir uns noch Eisen abbauen, ganz, ganz viel, Freunde, okay Das ist jetzt so die erste Herausforderung, sage ich jetzt mal So, Eichenholz, zack, sehr schön Äh, machen wir hier direkt mal so eine Holzspitzhacke Und daraus craften wir uns jetzt direkt die Steinspitzhacke Mal gucken, dass wir hier nicht irgendwo reinfliegen, doch Zwei und drei, Freunde, so, jetzt müssen wir noch eine Höhle finden Und dann machen wir jetzt quasi, äh, quasi passend dazu, äh, jetzt Eisen Äh, Eisenbachen, die müssen wir schmelzen, ne? So Wo könnte denn hier eine Höhle sein, wo was ist? Ich hab doch hier vorhin was mal gesehen, als ich runtergegangen bin, bevor ich runtergegangen bin hier So, ja, da war's doch die Eisenquelle, Freunde, so Da bauen wir jetzt erstmal das ganze Eisen ab Und dann holen wir uns Kohle und alles drum und dran Und dann machen wir uns die ganzen Wassereimer, so Freunde, Freunde, Freunde Ich bin echt mal gespannt, schreibt mal auch in die Kommentare, ob ihr Haie mögt Also, sie sind ja ziemlich, wie soll ich sagen, gefährlich Aber sie sind auch coole Tiere Deswegen hoffe ich eigentlich, dass wir uns einen lieben Hai craften Oh, man kennt ja die ganzen Haie so von Findet Nemo, oh, Freunde Das kennt ihr aber auch, ne? Findet Nemo, den Film, richtig cool, so So, da gibt's ja auch ganz verschiedene Fische und alles Okay, wir haben jetzt glaube ich jetzt, wie viel Eisen brauchen wir denn? Wir gucken nochmal ganz kurz nach So, wie viel Wassereimer wir brauchen Dann rechnen wir uns das einfach mal aus Wie viel das in Wassereimer sind So, das sind Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Wassereimer, oder? Ja, sieben Wassereimer, einer braucht drei Das heißt, wir brauchen 21 Stück Und das haben wir schon So, wir brauchen aber noch ein paar Öfen, würde ich sagen Dass wir uns jetzt alles relativ zeitnah schmelzen können Und vielleicht noch Kohle Ist hier noch Kohle irgendwo? Das wird natürlich sehr, sehr gut Aber es sieht mir gerade nicht so danach aus, dass hier Kohle ist, meine Freunde Wobei, Kohle, 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 Kohle So, 16 Stück haben wir Das sieht schon mal sehr gut aus Und wir machen uns noch ein bisschen mehr, dass wir uns gleich eine Axt holen können Und dann craften wir uns noch eine Axt Und holen noch ein bisschen Holzstämme Und dann können wir uns auch quasi noch ein bisschen was als Brennstoff holen So, gehen wir mal hier jetzt hin So, äh, hier zwei Öfen So, perfekt Ofen, Ofen Und jetzt, ah ja genau, das wollten wir noch machen Eine Axt, dass wir uns das hier alles zusammen craften können So, äh, Steinaxt Ja, sieht doch schon mal gut aus Als holen wir uns so vier, fünf Stämme Das sollte, ja, eigentlich reichen So, hier machen wir weiter Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das wird Ob wir dann, ob wir uns dann in ein Hai verwandeln Oder ob wir jetzt ein Hai craften So, äh, hier rein Ja, sieht doch, das sieht doch schon mal gut aus, Freunde Zack Zack, Freunde, richtig gut Okay, das schmelzt jetzt erstmal alles hier durch Oh, da hab ich ein bisschen gefailt So, ein, okay, es dauert doch alles ein bisschen seine Zeit Und so lange holen wir uns mal ein bisschen was zum Füttern Zum Fooden hier, zum Essen, ne So Weil unser Hai möchte dann auch immer mit haben Auch was zum Essen haben Deswegen müssen wir uns jetzt hier ein bisschen noch mit dem Fleisch gehören Weil das Gebratete nämlich selber, der kann das Ruhe haben Das ist für den auch nichts verkehrtes So Ist ja noch irgendwo Fleisch, ne Okay, Freunde Wie gesagt, sorry, ich bin echt krank geworden in der Höhle Und ihr hört's mir ja auch an, meine Lieben Ich bin echt wirklich ein bisschen erkältet So Und ich hoffe, es ist kein Problem für euch, wenn ich krank bin So Drei Barne Sieben Barne Ja, es läuft auf jeden Fall Kommt Kriegen wir hier schon Ne, das war ein bisschen später Das sind wir doch in unserer jetzigen Zeit So, bei den Pferden kriegen wir da Fleisch raus Pferde, Fleisch Gucken wir einfach mal So So Und Äh Wie sieht's aus? Ne, okay Da kommt Stoppt irgendwie gar nichts Nicht mal Leder oder sowas Belastender Content So Egal, so Schauen wir einfach mal, wie's aussieht Mit dem Eisen Dass wir dann gleich schön Alles zu Ende Okay, wir brauchen Wieder Äh Bisschen mehr zum Brennen Das heißt, ein bisschen Holz müssen wir jetzt wieder hacken Ist aber auch nicht so schlimm Würde ich es einfach mal Ganz auf trocken behaupten So Und dann hier vier Zack Und die ersten Die ersten können wir ja schon mal craften, Freunde So Zack Zack Das heißt, vier Stück haben wir schon Es fehlen uns noch drei Stück Wir gehen einfach zu diesem Teil hier hinten hin Und Zack 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 Ja, das war's schon Dann legen wir schon mal alles so hin So Ja Sieht doch schon mal gut aus Das wäre doch schon Nacht Wir sollten uns wirklich ein bisschen ranhalten, meine Freunde So Ja, das ist alles schon wieder weg Ach ne, hier ist das Zack Äh, hier rein Perfekt, Freunde Ich glaube Das ist, glaube ich, gar nicht so gut, dass ich das damit mache So Das machen wir wieder hin So Komm Perfekt Noch zwei Stück So Noch perfekt Okay, das dauert vielleicht doch ein bisschen jetzt So Ja, ich glaube, wir brauchen noch mal ein bisschen Holz Ja So sieht's aus, Freunde Und es wird auch schon dunkel hier Jetzt sollten wir uns aber ranhalten, ne Dass wir die restlichen Sachen hier auch noch finden So Zack Das machen wir hier rein Und machen's einfach mal klein, das Holz Vielleicht liegt's daran So Und so Dann haben wir gleich alles hier Das sieht doch schon mal Nicht verkehrt aus So Den nächsten Eimer haben wir Und Zack Cool Ja, okay Jetzt dauern's noch drei Stück Das ist jetzt nicht verkehrt Das dauert halt seine zwei Minuten So Hier machen wir das rein Und doch Hier haben wir es ja schon Zack Das heißt, nur noch jetzt das hier ist das letzte Und Dann müssen wir noch die Haiflosse bekommen Und Diese Haie Da gucken wir gleich mal im Wasser nach So Perfekt, Freunde Wir gucken jetzt einfach mal da hinten nach Im Wasser Und hier ist mal so ein Zombie Da will ein Eins gegen eins hier gegen uns Kriegt er natürlich dann auch So Steak Zombie Zack 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 Ja, der kriegt hier richtig böse Okay Gucken wir mal jetzt im Wasser Während wir hier tauchen Ob wir hier irgendwas finden Weil Woanders ist es schwierig Irgendwas mit dem Hai zu finden Ne So Wir tauchen das jetzt hier alles So ein bisschen ab Ne So Ganz entspannt Auf trocken am Start Und dann schauen wir einfach mal Wie es wird So Ist hier irgendwo was Hallo Ist hier irgendwo ein Hai Oder sowas Der es hier ist Und Ah Was haben wir denn hier Freunde Oho 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 Ihr seht glaube ich das Was ich sehe gerade Oder So Wartet mal Äh Ganz kurz hier das hier zumachen Und Dann kommen wieder Zombies So Ganz kurz hier die mal Vernichten So Ja Freunde Und Ihn auch noch Komm Jawohl Freunde So Jetzt essen wir das hier kurz Und dann gucken wir hier mal runter Ja Tatsächlich Hier ist die Haiflosse Freunde Aber irgendwie Kriegen wir sie nicht raus Hallo Hallo Haiflosse Ja okay wir haben die Haiflosse Perfekt Freunde So Jetzt fehlt nur noch dieser kleine Hai Wir müssen hier erstmal ganz kurz rauskommen Kurz Ein Eisenblock Als wäre es doch nichts besonderes So Und jetzt fehlt nur noch dieser große Hai Und dann gucken wir mal hier Hier drüben im Wald Was habe ich denn da hinten Was habe ich denn da hinten erspäht Leute Werden vom Teufel redet Da ist es ja schon So Äh Ja Hier ist diese Flosse Auch nochmal Hä Wo ist dann das andere Mensch Dann müssen wir mal ganz kurz hier gucken Ich dachte das wäre jetzt hier auch gewesen Bloß dann irgendwie ein Prank Oder sowas So Hallo Hier irgendwo Ja Ah Da ist er ja Freunde Da ist jetzt dieser kleine Hai Den wir brauchen So Wir machen das jetzt hier mal ganz kurz Weg So Hä Geh doch mal Ah doch hier Jetzt haben wir es Freunde So Nurse Hawk Und jetzt gehen wir quasi mal mit der Workbench Die wir hier haben Ans Wasser Und gucken dann gleich Was passiert So wo ist denn die Workbench Die stande da hinten Ne So Gehen wir jetzt in den Teich da vorne Wo wir gerade eben auch kurz baden waren So Äh Es ist halt auch Nacht Ne Das ist jetzt alles gerade ein bisschen suboptimal So Hier jetzt hoch Und der Kai Der Creeper geht jetzt hier weg So Und wir gehen jetzt einfach ganz entspannt Auf trocken hier rein Und legen alles rein So schnell es geht Zack 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 Und Freunde Was passiert jetzt Oh mein Gott Hier ist tatsächlich jetzt ein weißer Hai Oh mein Gott Guckt ihr euch mal an Wie groß der ist Aber ist der nicht irgendwie aggressiv Oder sowas Hier Ne Der ist irgendwie voll harmlos Ne Wir haben es einfach tatsächlich geschafft Unseren eigenen Hai Hier zu schaffen Freunde Der Großer weißer Hai Hier Guckt ihr euch an Der ist sogar voll lieb Der wackelt hier so Aber da würde ich sagen Wenn ihr das Video verletzt Unbedingt Ein Like da wirklich mega Freund Hau rein Bis zum nächsten Video Und ciao Ciao